So, weiter geht's bei Alien Swarm. Beim letzten Mal haben wir verschissen. Es geht weiter. Und zwar hier mit Riggi, Shadowvision und mir. Ähm, ja, ich hab jetzt mal allen befohlen, die sollen Flammenwerfer mitnehmen. Wie seht ihr das? Naja, alle geht nicht, weil, äh, ja, nur zwei können Heavy Gunner machen, ja, oder? 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 Ach, nee, nicht nur der Heavy Gunner kann das Ding mitnehmen. Genau. Nee, also ich kann ja auch den Flammenwerfer mitnehmen, aber dafür hab ich dann halt keine Medikits, die ich euch geben kann. Das heißt, äh, heilen ist nicht viel. Hm, das ist schlecht. Dann nehm ich mir selbst ein Medikit mit. Wir nehmen uns einfach selbst welche mit. Ja, das reicht aber auch nur einmal. Ja. Ich weiß, aber, ähm, nee, das ist nicht so gut. Pass mal auf, ich mach das mal folgendermaßen. Ich nehm mal hier den, kann ich eigentlich zwei, oh, ich könnte theoretisch zweimal den Flammenwerfer mitnehmen, aber ich mach dann das einfach mal so. Oh, das geht? Wow. Ja. Äh, was mach ich denn noch? Ich nehm dann halt nochmal hier das IAF-Mitit. Ich weiß aber nicht, ob die Flammenwerfer dann gemeinsam Munition haben oder ob die, äh, getrennt fungieren. Hm. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Horst, oh Gott, was ist denn das? Horst, Horst 32. Okay, jetzt haben wir hier Medi dabei. Äh, 23. Und, äh, Shadow, wolltest du auch noch den Flammenwerfer mitnehmen, oder? Äh, Flammenwerfer kann ich gar nicht, hab ich gar nicht zur Auswahl hier. Echt nicht? So, wie es aussieht. Okay. Ah, doch, da hinten. Guck mal, da ist noch Horst, Horst 23, ja. Hm. Hattest du jetzt eigentlich schon die Aufnahme gestartet? Ja, hab ich schon. Achso. Na gut. Ja, aber ich glaube, ich bleib mal bei meinen Pistolen. Hello. Jetzt sagt der Over. The Horst. The Horst. The Boss Horst. The Boss Horst. Oh, was? Wie nehmt ihr denn da? Äh, das ist, das ist Wildcat, ist das? Äh, wahrscheinlich mit Flammenwerfer. Obwohl, mit so einer Riesenkanone wäre nicht schlecht. Wenn der oder die was drauf hat. Ja, kann, kann. Take the Flammenwerfer. Take the Flammenwerfer. Your English is under all pick. Nimm den heißen Knüppel mit. Wenn sich Horst mal entschieden hat, was er machen will. Ja, Windy Kader und das Stromgewehr hat sie jetzt. Oh, ja. Hier, ja, zwingen hier. Kein Bock mehr zu warten. Bam, super. Oh, ich glaube, ich nehme auch nochmal die Stromflinte mit. Ah, die ist nicht so geil. Ne. Ah, ah, die hat zu viel Streuung. Okay, die wollten wir jetzt längst gehen, geradeaus weiter, oder was? Wir haben ja verschiedene Missions. Ich glaube, wir trennen uns und jeder geht einzeln. Ne, 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 ich würde nicht trennen. Also, ich habe keinen Flammenwerfer, deswegen laufe ich nicht einfach irgendwo hin. Nee, du hast keinen Flammenwerfer. Da, da. Wenn ich die Munition habe. Alter, ich werde hier angegriffen von allem hier. Boah, wer legt denn diese Tretminen? Kann ich da rüber? Ich, äh, Shadow geht die Mose über. Achso, okay. Oh, das ist ja nett von dir, ey. Das ist... Alter, was geht bei... Woher hast du denn da? Was ist der bescheuert? Wenn die da alle drüber laufen, dann... Ich glaube, der hat irgendwas an. So viele Minen hast du normalerweise nicht. Oh, Vorsicht, Vorsicht, diese Kletten. Und diese kleinen Würmer. Ja, das ist auch scheiße. Was machen die eigentlich, die kleinen Würmer? Ja, brennt euch doch nicht immer gegenseitig auf. Ja, genau. Aber Rock ist schon wieder fast tot. Genau, ey. Wer macht denn das hier, ey? Au, scheiße. Ich habe ja keine andere Waffe. Ich könnte mal hier... Shit. Mal hier. Leute, ich bräuchte mal hier ein bisschen Backfire und so. Backen? Ja, komm doch halt mal Back zu uns. Oh, hier. Back to the Roots. Hey, das ist mein Kanal-Spruch. Achso. Echt? Ja, da. Shades and Bites, Back to the Roots. Aha, hier, Werbung machen, hä? Ja, ja. Hast du was dagegen? Medic, Medic, ja. Chillma, chillma. Hier, da hast du Medic, Mann. Was macht denn der Overrock hier schon wieder? Ich fackel alles ab hier. Solange keiner hier ist, weißt du, kann ich hier ruhig rumfackeln in Ruhe. Boah, Alter. Warte, ich versuch mal zurück auszuschließen. Ach, da kann man jetzt auf einmal durchlaufen, ja? Boah, das wusste ich gar nicht. Was für ein Scheiß. Ich fackel, ich fackel die einfach kurz mit dem Flammenwerfer ab. Ich gebe einen Impuls, dann brennen die nämlich und dann laufe ich einfach zurück. Dann laufe ich von denen weg. Medic! Medic, wo? Ich brauche Medic. Ich bin gleich hier. Ja, ja, Moment. Oi, aua. Was ist hier los? Ich kriege von hinten einen an, hier. Alter. Ich will immer auf die 1 drücken, um zur Waffe zurück zu gelangen, aber das geht ja hier nicht. Ja, Mausrad. Genau. Oh, Munition ist hier. Wieso kann ich die Munition nicht mitnehmen? Ach so ein Waffe, hat maximale Munition, mein Flammenwerfer. So, so. Wir müssen jetzt noch ein paar Eier kriegen hier. So, so. Lass uns mal Ostern spielen. So. So, 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 aber nicht wieder auf dem Klo, ja? Kann da mal jemand einen Flammenwerfer, dieses komische Geschwür da wegmachen? Ja, Bio, mach's, mach's. Ach so, Alter, der Horst will schon wieder ein Melk. Komm mal hier in den Kreis, Gruppen kuscheln, dann gibt's ein bisschen Heilung. Gibt noch Kuchen, gibt noch Kekse. Ach, Scheiße, da hinten hängen sie. Ach du, die hängen hier nicht. Also, das... So, hier, Oberrock, komm mal her. Ich hab hier oben schon mal alles erledigt, ne? Ich hab mal gekleant ordentlich. Gekleant. So, so. Oh, hier, liegt noch... Wir warten jetzt einfach, bis die Biomasse da verbrannt ist. Hier liegt noch Muni, das ist geil. Oh, geil, hier ist ein Riesenvieh. Oh nein. Incoming. Komm mal her jetzt hier. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach so. Ja, komm mal runter, das siehst du ja. Wo wir sind. Oh, Alter. Ich bin irgendwie... Oh, da seid ihr ja. Okay, ich bin da, ich bin da. Wir sind in dem Raum und gehen jetzt mal hier durch, diese Barrikade durch. Und, äh, hier ist nüscht. Na, super. Dann wieder zurück. Ich hab oben mal gekleant alles, ne? Ja, ich hänge hier irgendwie gerade drin. Das ist ja ein bisschen unschön. Wo steht denn, wie viel Alien-Eier wir noch brauchen? Ähm, das steht immer... ... oben irgendwo. Okay, okay. Boah, Alter. Oh, komm mal, komm mal in den Kreis hier. Komm mal in den Kreis. Ja, ich komme. Wie viel hast du noch davon? Drei. Okay, verschwende die mal nicht so, ja? Okay. Boah, ach du Scheiße, ich wurde gerade getroffen. Und jetzt ist natürlich mein... Alter. Boah, da ist schon wieder ein Rotzer. Hinterm Overrock her. Wie ich die hasse. Aua. So, wir brauchen einen Flammenwerfer hier hinten. Für die brennende Tür. Achso. Hab's. Stimmt, ich hatte gerade wieder... Die ist verschweißt. Alter, muss die aufschweißen. Ja, ich kann die nicht aufschweißen. Haut mal da mit einem Nahkampfangriff gegen, so wie der Hoss. Aua. Rotzer. Das dauert zu lange. Wir müssen uns hier... Wir dürfen uns nicht hier aufhalten. Ich glaube, da ist nichts hinter. Overrock, du bist fast tot. Ja, Overrock, du bist... Stimmt, richtig. Ich brauche Heilung. Nimm mal dein Selbstheilungspackage sonst. Na gut. Ach, ich kann ja auch einfach auf die Q-Taste knallen hier. Das vergesse ich immer. Okay, ich bin wieder halb voll. Oh, was ist das denn? Ach, du Scheiße. Ja, super. Horst, danke. Was denn los? Ja, der schmeißt da Granaten gegen die Tür. Alter. Das ist doch... Das ist doch Bullshit. Lass mal weitergehen. Wir dürfen uns hier nicht aufhalten. Warte, warte, warte. Hier ist irgendwie irgendwas... Achso, hier kann man durch. Ah. Uah. Also hier ist der Ausgang, Clearall, Exx und Biomass. Ja, das ist das. Warte, jetzt ist Muni. Da ist der Ausgang, okay, super. Wo? Ja, da oben. Da oben, wo wir gerade waren. Okay, wir müssen sowieso noch dahinten. Nee, warte, hier müssen wir noch weiter. Der war noch gar nicht in den Lüftungsschächten. Genau. Ja, der komische Horst, der sollte ich mal mitkommen hier. Oder sonst gehen wir in die Lüftungsschächte. Ja, genau. Wo sind die denn? Aber da kommen wir ja nicht durch. Warte mal. Warte, geh mal weg von der Tür. Die kriegt jetzt hier. Scheiße, das geht nicht. Okay, auf Flammenwerfern kann man die nicht. Alter, wir haben ja gar keinen Techniker mitgenommen, ne? Nö. So eine Scheiße. Äh, Overrock, hast du noch ein Selbstheilungskit? Nope. Du solltest dich langsam mal heilen, Riggi. Komm weg da. Heil dich. Heil dich, komm weg da. Pst, äh, kann mich gerade nicht bewegen. Ja, komm weg da. Heil dich. Okay, pass mal auf. Ich mach mal hier, ich mach mal hier nochmal einen Heilkreis. Und hier gibt es nochmal Muni, ne? Also. Oh, das ist sehr gut. Cool. Ah, scheiße. Ich meine, warte mal wieder. Wieso ist ein Heilkreis immer so schnell weg? Ich glaube, je mehr Leute drin sind, desto schneller geht es. Ja, es teilt sich auch. Ich stehe jetzt weg. Oh, aber hier ist, hier ist irgendwie Muni. Okay, wir sind durch. Sehr gut. Muni ist da auch noch. Okay, hier sind wieder viele Eier. Ja. Ich hab einfach mal einmal rumgemacht, ja? Ist besser so, ja. Also. Nicht einmal gedreht. Theoretisch müsste dieses Scheißding hier gleich abbrennen. Gegen Feuer, wieso sollte ich meine Waffe gegen den Feuerlöscher eintauschen? Boah, wir hatten da weggeschossen, Alter. Ich geh mal hier mit, äh, mit, äh, Hose rein, ne? Mit Hose rein? So, so, was du da wieder machst. Drüben. Im Klo. Ja, hallo, ohne Hose sollte man nie in Lüftungsschächten rumkrabbeln. Wieso denn? Wusstest du das nicht? Ah, scheiße, ich hab hier einen, ich hab einen Rotzer hinten auf meiner Schulter. Fuck. Ja, toll. Aua. Aua. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht gleich. Das hoffe ich auch. Ich bin gerade kurz davor, yo. Nein! Alter, diese Viecher, ne? Die kommen einfach an und dann haust du alle medisch... Ah, fuck. Mich haben sie jetzt in der Hauch angesprungen. Oh, scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Aber das mit den Flammenwerfern ist gar nicht so, so schlecht. Weil das ist eine, ist eine sehr effektive, man muss halt noch gucken. Ich hab die nicht gesehen, leider. Also in den Lüftungsschächten müssen wir besonders, wir, diesen Kletten aufpassen, ey. Okay, jetzt sind alle wieder tot. Super, ich bin wieder der Einzige. Nee, Overrock lebt noch. Ach so, das geht dann, das geht dann auch reihum, weißt du? Ja, die springen dann von einem Kopf zum anderen. Die kriegst du auch nur effektiv mit dem Flammenwerfer klein oder irgendwas, was... Ja. Großen Schaden macht, also... Aus dem Stillgreif kann ich mich wieder heilen. Aus dem Stillgreif, ja. Okay, haben wir jetzt eigentlich alle getötet von diesen Viechern? Nee, ich glaube, ich höre da. Ich höre da auf jeden Fall, dass da noch was kommt. Scheiße, ey. Warte. 22 von 26 hast du. Wo steht das denn? Mach doch das Feuer dort aus. Oben rechts in der Ecke. Oder ist doch was. Geh weg, geh weg. Lass die gar nicht... Lass die einfach brennen und, und, äh... Nimm die Beine in die Hand. Da kommen die Viecher wieder. Oh, shit. Wo muss ich überhaupt lang? Ich kann... Ich kann hier nichts... Oh, da kann... Da kann ich durch. Ja. Ach, fick dich doch. Oh, viel. 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 Jetzt dreht der durch. Ey, ich bin hier raus, ey. Du hast aber offensichtlich noch nicht alles getötet. Ah, shit. Ich glaube, mindestens ein Ziel müssen wir erfüllen. Also, du musst entweder alle... Alle Biomassen zerstören oder entweder alle Alien-Eier abknallen oder was auch immer. Ja, es sieht schlecht aus. Ich weiß nicht, wo die anderen sind, ey. Mist. Mist, Mist, Mist. Es müssen noch in den Lüftungsschächten drin sein. Oh, da ist einer hinter dir. Da reicht so ein kleiner Spucker. Oh, ich hab da unten. Ich weiß, wo die noch sind. Okay, jetzt muss ich nur durchhalten. Nur durchhalten. Hier drin. Central Mall. Ja, da ist noch die Biomasse. Achso, da müssen wir sowieso noch durch. Pass mal auf, hinter dir. Was? Wieso tun die mir weh? Scheiß, sicher. Es gibt auch irgendwie einen Konsolen-Befehl, mit dem man aus dieser Draufsicht, da kannst du einfach in der First-First suchen. Geil. Shit. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich finde, die Sicht ist schon ganz in Ordnung, weil du da einfach nochmal alles mehr... Shit. Du kannst also einmal um dich rumgucken und mal... Alter, jetzt geht's aber los. Pass mal auf, hinter dir. Da hast du schon wieder einen Rotzer. Ich muss nachladen. Ja, dann wirst du immer langsamer, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Oh, shit. Geh weiter hoch, 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 hoch. Nein, da oben war ich schon. Achso. Oh, shit. Oh, nein, Hilfe. Alter. Der Kämpfer, ey. Alter. Nein! Wieder da. Wirklich grüßt. Ich glaub... Ich glaub... Ich verschlossen. Himmel kannst du doch mal Moni mitnehmen. Ja. Ja, sehr gut. Ah, das war's. Fuck you. So. Ähm, ich geh nochmal in den Lüftungsschacht. Ja, pass auf, da sind die Klappen. Ganz viele, ganz viele, ganz viele. Da lebt noch was, da lebt noch was hinter dir, hinter dir, hinter dir. Äh, oben, 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 oben. Oh, nein. Nein. Und vor allen Dingen, das war's denn immer. Da bist du auch zack und weg. Oh, das sieht geil aus grad. Die verbrennen noch schön, ey. Ja. Episch, episch. Oh, what the dead? Alter. Mission failed. Was sollen wir denn da machen? Verspeißen sie Türen, um Gegner den Weg zu versperren. Ja, das wissen wir ja. Ey, wie sollen wir das denn machen? Müssen wir da... Ich glaub, wir müssen noch einen Techniker mitnehmen, oder? Was sagt ihr dazu? Ja klar, sonst kommen wir durch diese eine Tür so langsam durch, nur. Die wir da aufgesprengt haben, weißt du noch? Was? Hallo? Hallo? Ja, die eine Tür, die wir da so aufgebolzt haben. Die können wir doch einfach aufschweißen mit einem Techniker, oder nicht? Ja, müsste man. Prinzipiell, theoretisch, vielleicht, also unter Umständen. Dann müssen wir am nächsten Mal einen Techniker mitnehmen, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, genau. Bis dahin, bye. Ciao. Adieu.